Wir sind in einer weiteren Folge auf der Karte irgendwo Thüringen, 2. Ich fahr jetzt mal zu Hof 1, fahr jetzt mal den Kurs zu Hof 1. Da ist der Punkt, wo wir ablanden können. Kein viel gedenkt, ein bisschen gut. Egal, können wir eh in hohem Land kaufen. Das heißt, ich schaue mal nach dem besten Preis für Mais. Wer gut zahlt. Das heißt, Getreide AG. Leider AG ist ganz hoch. Ah, da muss man dem Hänger immer voll machen. Das ist ja mal die Betrachter weit. Ok. Perfektionation. Ich habe eben gerade kurz was entschieden. Ich mache aber den Hänger voll. Moment. Mal gehen kennenlernen. Genau, der Punkt, wo ich jetzt gucken wüsste, ist aktuell beim Build. Äh gut. Irgendwann. Ah, Klausen. Genau. Ich stelle den möglichen Keiler AG. Okay. Und. Und. Also eh hochweiß kaum. R hoch. R hoch 1. Ich bin mit dem Gras gewachsen. Können wir ihn nachher. Nachher. Tojo. Die Dicks bekommen. Das Geld für die Silage. Spreisen und Klappe durcheinander. Aber ich dachte ich das nebenbei machen wollte. Oh. Irgendwann ist mein Lenkweg geworden. Oder im Lkw. Die Dicks monitoring. Das ist eigentlich das meine. Also das war mir auch genau Lkw. Das ist ein Problem. Ich dachte ich mir auch genau das ist gar genau. Das war's für heute. Ich muss einkaufen werden. What company? Und hier ein bisschen Kleingeld. Können ein bisschen mehr zahlen, ne? Und hier geht's wieder raus, praktisch. Ach, ich bin aber rot. Ach, bin ich, oder? Nö. Wo ist hier? So, einer kommt in mir abt. Verzickt im Kreuzung. So, anders fahren müssen. Nö, 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 das habe ich wieder. Und noch einmal, ja. Arrrr, diese Blödholz. Lukler. Der ist noch Hupen. Nein, fahren und dann rufen. Das haben wir gerne. Die Blödholz. Da haben wir es einverlassen, die mit Autos. Aber der LKW fährt sich nicht gut. Das ist ein Bananen. Leer geht es ja, aber voll. Kann das so gehen. Ich weiß, dass der Anhänger ist auch nicht. Oder ist es hier bei den Materialsflüchten? Das kann es auch sein. Ja, die blicken da vorne. So, das war der Trader-G. Wir haben die Welt gefahren. Macht ja nichts. Dauert nur halt. Irgendwie mit Prosplay einfahren. So wie er jetzt fährt, geht es ja. Aber wenn er es schwer tut, ist es schwierig. Überlegen hier. Ja, wo könnte man das noch immer? Über der Karte. Oh, da ist zu Ende. Geht mal hier unten. Da war ich wohl auf zwei Runke. Eigentlich noch was. Naja, macht ja nichts. Ich habe weiter abgestürzt. Das tiefe Loch. Hier ist der Fiend. Ah. Da ist ja auch blöd, weil die Entdecke weiter nehmen. So, wirklich. Wir kommen hier im Wald. Drehen. Ah, Entschuldigung. Ich nehme den nächsten Feldweg links. Ja. Ja, mit Vollgas. Genau in der Ecke. Passt eh. Mal schauen. Mal schauen. Mal schauen. Oh. 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 Oh! Oh. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das ist nicht Warte ich für Fahrzeuge ab Ob das Der Mann Das ist glaube ich geil Mietfahrzeug Die nehmen wir weg Und dafür Nehmen wir den neuen Ich weiß nicht Ich weiß nicht Ich weiß nicht Der 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 Jaaa... Oh, ohne Geräusche gefallen hier. So... Jaaa... Oh, ohne Geräusche gefallen hier. Das ist ein Problem. Ja, scheiß. Ich sollte hier immer so fahren ist. Oh, der Auto. Ah, die raten mir eigentlich gleich wieder. Das ist recht stark. Mitmieten hat einen Vorteil. Man kann Ausgebiet testen. Ohne Angst haben muss das unnötig viel kosten. Die Zeit geht nur testen. Man könnte auch kaufen. Man braucht ein bisschen Behandelsbeserre. Falls doch noch was Gerätschaften brauchen. Und aussehen können wir schon mal. Haben wir schon mal fliegen können wir auch. Vielleicht fliegen wir auch die Wiese rum. Wir machen da aus dem Feld. Und machen wir Mais rein. Und nehmen wir Beere aus dem Laden raus. Hier fährt er sich ganz gut. Eiert nicht. Die Leckung schlägt an. So und liebe Freunde. Das soll schon mal für die eine Folge gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gute meinen Likefreund. Noch mal wiedersehen. Dann seid mal vorschauen. Bis zum nächsten Mal. Danke für alles. Ihr könnt auch gerne kommentieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.